Selbst über meine Zeit bestimmen. Das war mir schon immer wichtig. Zeit für die schönen Dinge im Leben und Zeit für die Karriere. Meine Leidenschaft für Immobilien habe ich zum Beruf gemacht. Jeden Tag besuche ich die interessantesten Häuser und Wohnungen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn eine Immobilie zu einem neuen Zuhause wird. Warum ich mich als Maklerin für von POLL Immobilien entschieden habe? Weil wir Teil einer starken Marke sind und ich mich mit netten Kollegen auf der ganzen Welt austauschen kann. Selbstständiges Arbeiten und gleichzeitig ein professionelles Team im Rücken haben, das ist für mich der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Und natürlich ist es für mich eine Ehre, wenn ich etwas zur gemeinsamen Zukunft meiner Kunden beitragen kann. Denn ein besonderer Ort wird noch schöner, wenn man ihn mit anderen teilt. Dank der vielen Weiterbildungsmöglichkeiten bei von POLL Immobilien bin ich immer auf dem neuesten Stand. So kann ich voll und ganz hinter dem stehen, was ich meinen Kunden sage. Persönlicher Kontakt ist das Wichtigste in meinem Job. Dass meine Kunden sich verstanden und wohlfühlen, hat für mich immer Vorrang. Menschen ein neues Zuhause vermitteln und damit glücklich zu machen. Darin bemesse ich tatsächlich meinen persönlichen Erfolg. Und das ist der Grund, warum ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Und genau deshalb bin ich Immobilienmaklerin bei von POLL Immobilien.